Hallo und herzlich willkommen alle AktionärInnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist immer noch Stefan und im heutigen Video möchte ich euch eine neue Videoserie vorstellen. Und zwar möchte ich in dieser Videoserie auf diesem Kanal ein neues Depot aufbauen. Der Startwert beträgt also 0 Euro, es sollen pro Monat 2700 Euro investiert werden und das Geld wird ausschließlich in Aktien investiert. Bei der ganzen Sache soll mit Absicht kein Fokus auf eine Art von Aktie gelegt werden, sondern es werden Dividenden, Dividendenwachstums- sowie Wachstumsaktien gekauft. Außerdem sollen in dem Depot sowohl Small-, Mid- als auch Large Caps vertreten sein. Es kommen Aktien aus den verschiedensten Ländern für das Depot in Frage. Das Ziel bei der ganzen Sache ist ein Depot aufzubauen, welches für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist und es soll ein Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt werden können. Die Videos zu dieser Serie sollen jeweils zwischen dem 20. und 25. eines jeden Monats erscheinen Jetzt bei dem ersten Video im Januar kann es sein, dass es ein paar Tage später kommt, da ich noch ein extra Depot für diese Serie eröffnen möchte. In den Folgemonaten wird das Video dann aber natürlich immer pünktlich zu dem angegebenen Termin erscheinen. Weitere Hintergründe und nähere Infos werdet ihr natürlich in dem ersten Video dieses Projektes dann erfahren. Wenn ihr den Aufbau dieses Depots verfolgen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!